Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportblog. Heute laufe ich wieder mit Ralf. Ralf kennt ihr noch vom Panoramalauf. Und ihr macht auch mit bei Rosarius Next Top Athlet. Lange Geschichte, scheißegal. Ich erzähle es euch nach dem Intro. Gleich geht's los. So Ralf, darf ich vorstellen? Das ist der Arschlochberg in Rambach. Angenehm. Nicht angenehm der Berg, auf jeden Fall nicht. Aber egal. Mit Tanja laufe ich normalerweise immer hier hoch. Letztes Mal haben wir dreimal geschafft. Mal gucken, was wir heute hinhauen. Aber jetzt das erste Mal. Und der Ralf läuft noch ein bisschen schneller als ich. Das nervt mich schon ein bisschen. Muss ich ehrlich sagen. Tanja hat so mein Tempo. Und der Ralf läuft immer so ein Ticken schneller, bis ich immer hinterher hechnen muss. Das ist doof. Aber ich krieg das hin. Ich geb mir Mühe. Ja, ja. Geht schon. Also, wir melden uns gleich wieder, wenn wir in der Ebene sind. So sagt man es ja. Jawoll. Wir laufen immer noch. Und es ist schon mittlerweile tierisch dunkel, weil wir hier im Wald laufen. Voll krass sieht man uns überhaupt. So ein bisschen im Schein des Autos. Nicht so toll. Aber wir sind jetzt bei unserer zweiten Runde. Kurz vorm Arschlochberg. Kurz vorm Arschlochberg, genau. Und wir haben schon ein bisschen was hinter uns gebracht. Ja, wir quatschen die ganze Zeit, damit wir uns ablenken, ist ja klar. Aber laufen ist relativ locker. Wir sind ja fit. Topfit. Rosario hat uns ja mal fit gemacht irgendwann. Das halten wir noch. Willkommen Arschlochberg. Willkommen, willkommen. Ja, das zweite Mal jetzt Arschlochberg. Ist immer noch so dunkel komisch, ne? Ja. Wird nicht heller. Nee, irgendwie nicht. Auch wenn hier so eine kleine Lichtung ist, ziehen wir uns vielleicht ein bisschen besser. Aber man hört uns auf jeden Fall. Zweites Mal Arschlochberg jetzt. Läuft noch. Gucken wir mal, wie weit wir kommen heute, ne? Ja. Ist ja auch spät. Nicht, dass wir hier vom Wolf gefressen werden. Und sieht man jetzt gar nicht mehr. Aber man hört uns noch. Man hört uns noch bestimmt. Wir haben jetzt die zweite Runde dahinter uns und es ist total dunkel. Wir sehen noch ein bisschen den Weg, aber bei der Kamera ist natürlich zu wenig Licht. Nehme ich mal stark an. Ja. Egal. Wir laufen jetzt weiter. Wir melden uns dann am Ende wieder und machen mal am Auto Licht und quatschen euch dann aufs Band, was passiert ist. Handy-Taschenlampe haben wir auch dabei. Ja. Genau. Die benutzen wir noch. Ja. Bis gleich. Jetzt sind wir angekommen. Wir haben dreimal den Arschlochberg hinter uns. Ja. Richtig gut. Alles knalledunkel. Wir haben von der Kamera das Licht angemacht und sind da mitgelaufen. Wer weiß, wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre. MacGyver weiß Bescheid. Eben. Ja. Also, wir sind dreimal Arschlochberg. Wir sind ungefähr 15 Kilometer. Guck mal, wie ich geschwitzt bin hier. Ich glaube. Wie die Sau, ey. Wie die Sau. Ich freue mich auf den nächsten Sportvlog. Das waren Ralfi und Saji heute aus Rambach. Rambach. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.